Wie geil ist das denn? Die große Hoffnung der deutschen Darts-Fans ist noch jung, heißt Max Hopp und alle warten auf den großen Durchbruch. Elmar, die Stärken von Max Hopp. Stärken von Max Hopp. Zum einen hat er für seine 19 Lenzen ganz schön viel Bühnenerfahrung. Er mag es auf großen Bühnen zu spielen. Er hat auch schon bewiesen, dass er es kann. Das ist für ihn sehr wichtig. Und er hat jetzt in diesem Jahr den nächsten Schritt gemacht. Er hat sich zum ersten Mal für die WM über diese Pro-Tour-Rangliste qualifizieren können. Was zeigt, dass er einfach konstant gut gespielt hat. Das war doch nicht der Sieg, der große, der dabei war. Aber das waren immer wieder einige Matchgewinne, die ihn jetzt wirklich direkt zur Weltmeisterschaft gebracht haben. Und darum, glaube ich, wird er vielleicht innerhalb des Turniers dann auch den nächsten Schritt gehen und vielleicht mal eine dritte Runde, Achtelfinale erreichen. Ja, meine nächste Frage. Was ist realistisch? Also der deutsche Darts-Fan wartet auf den Durchbruch mit einem erfolgreichen deutschen Spieler. Dritte Runde, um es ganz kurz einzuhören, wäre ein Riesenerfolg. Wäre ein Riesenerfolg. Muss natürlich auch Glück in der Auslosung haben. Also sehen, auf wen er trifft. Der kann ja auch direkt erste Runde auf den Gesetzen, auf den Topmann treffen, auf Van Gerwen treffen. Dann wird es schwer werden. Aber wenn er, wie im letzten Jahr, hatte der Mervyn King in Runde 1 und Vincent van der Voort. Die Jungs kann der alle knacken, wenn er selber sehr, sehr gut spielt und wenn die vielleicht nicht so gerade ihren Atomlauf haben. Und das hat er auch gezeigt. Der hat Raymond van Barneveld zum Beispiel in diesem Jahr auf einer Bühne vor vielen Zuschauern geschlagen. Der hat solche Matches auch schon gewonnen und bestritten. Und darum, glaube ich, so ein Achtelfinale ist drin. Er wäre der erste Deutsche im Achtelfinale bei einer WM. Das wäre klasse. Ich habe den Eindruck, da ist auch ein bisschen Wunschvater des Gedankens. Wer will es dir nachsehen? Also, wir werden es beobachten. Max Hopp, die deutsche Hoffnung bei der Darts-WM.